Guckt, damit sie genau weiß, wie dieses Gerät hier funktioniert. Und das ist wie in einer Gameshow, Stefanie, du haust einfach drauf und es passiert vielleicht Musik, ja? Gut. Allen anderen kann ich empfehlen, weil jetzt kommen nämlich unsere beiden Druckbehälterprüfer, die hoffentlich, da sind sie, die wir gestern geholt haben, die dir natürlich Unterstützung geben werden. So, und da sind sie auch schon, Hans, Jörg und, ja, das machen wir jetzt, das machen wir jetzt. Das machen wir jetzt. So, Stefanie, du musst jetzt einmal den beiden gut tasten und jetzt musst du einmal, das machen wir da, das dauert aber ein bisschen. Genau. Und kurz musst du es einmal testen, ob es funktioniert. Das hätten wir gar nicht testen müssen, das hatte ich im Gefühl, dass wenn du da bist, geht das. So, die beiden zeigen dir das an, wann was wie funktioniert. Ach ja, nur der Herr dort zu deiner Rechte. So, und viel Spaß, los geht's. So, wir sind jetzt schon, wir sind hier, die wir auch aufpassen, das passt. So, wir sind hier, wir sind hier. So, wir sind hier, die Leute, ich bin hier, ich bin hier, ich bin hier, ich bin hier, ich bin hier. Das war's. 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 Das war's.